Die Spycam in der Dockingstation überzeugt durch einen sehr hohen Blickwinkel und eine sehr hohe Videoauflösung, die höher ist als Full HD. Sie sehen jetzt das Beispielbild. Beachten Sie, dass die Videoauflösung in echt natürlich noch höher ist, als hier auf YouTube dargestellt. Die Bedienung erfolgt sehr einfach mit zwei Schaltern, einer links, einer rechts. Der linke stellt die Bewegungserkennung an, der rechte stellt das Gerät ein, auf Standby oder aus und mit einer weiteren Taste können Sie ein Foto aufnehmen.